Hallo Freunde von Willow Forscher und herzlich willkommen zu diesem Samstag, den 12.12. Und nicht vergessen, diese Verlosung, die endet morgen, nämlich am Sonntag, den 13.12. um 15 Uhr. Und da müsst ihr gut dabei sein, denn heute haben wir wieder ein kleines Anfängerpaket. Heute gibt es nämlich 2500 Dublonen in Kombination mit einem Kreuzer, der in vielen Stufe 6 Gefechten herausragende Leistung zeigt, was Antier betrifft, mit einem Gadget, das seinesgleichen sucht und als einer der ersten eingeführt worden ist, welche das kann, zumindest mal den Kreuzern. Es ist nicht die Perf, es ist die Quang He, Stufe 6 Leichter Kreuzer. Ich hoffe, er wird euch gute Dienste leisten und ihr werdet bekannt mit dieser Mechanik, die sich dann auf späteren Stufen und in weiteren, anderen Linien wie bei den italienischen Kreuzern und, ja, wie es die Schlachtschefe sind, müssen wir dann auch sehen, wenn ihr sie momentan immer Work in Progress fortsetzen wird. Ciao!